Ich werde ganz oft gefragt, wie motiviert man sich am besten zum Sport, zum regelmäßigen Sport und zum gesunden Fitness-Lifestyle? So, und ich merke bei den meisten, dass die meisten auf die Kilogramm aus sind, auf die Waage und sie sind ganz arg auf dem Body aus, wie schön der Body ist, wie attraktiv man ist. Das würde ich persönlich an zweiter Stelle stellen. Erste Stelle ist immer das Investment in deine persönliche, gesunde Zukunft. Warum? Wir arbeiten alle an unserem Lebensluxus und irgendwann ist die Mobilität irgendwann, ist die Vitalität irgendwann, ist der Körper eingeschränkt. Und was haben wir dann vom Lebensluxus nicht mehr viel? Deswegen ankert das Ganze anders, investiert in eure gesunde Zukunft und lasst das Wort Muss weg. Ihr müsst gar nichts. Ihr wollt euch verändern. Ihr werdet euch verändern. Ihr werdet Gewicht verlieren. Ihr werdet Fitness ausüben und ihr werdet besser werden, ihr werdet leistungsfähiger werden und ihr werdet schlussendlich auch besser aussehen und euch wohlfühlen. So einfach ist das.